Das ist jetzt nur ein kurzes Video über die Kehrtwolte. Die Kehrtwolte kann man auch überall dort reiten, wo man Platz dazu hat, bietet sich an an den langen Seiten. Sie sieht aus wie ein Regentropfen, der die lange Seite hinunterläuft. Man startet ganz normal, wie bei einer Wolte auch, reitet das Pferd in einer Kreislinie weg vom Hufschlag, nur dass man nach der Hälfte dieser Wolte eben nicht den zweiten Halbkreis dann reitet, sondern eine geschwungene Linie, sodass man zurück zum Hufschlag kommt, und zwar dann in entgegengesetzte Richtung, wie man gestartet hat, dass man einen Handwechsel gemacht hat. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Hier gleich noch ein paar Varianten und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den anderen Videos.